Hallo, mein Name ist Julia Scheuer. Wir befinden uns hier im wunderschönen Kolbachtal in Niederbayern. Wir sind ein Familienbetrieb, der seit fast 20 Jahren ökologisch bewirtschaftet wird. Wir sind ein reiner Ackerbaubetrieb mit ca. 120 Hektar. Wir haben uns auf den Anbau von Hackfruchtkulturen spezialisiert. Dazu zählt Mais, Soja, Zuckerrüben und ansonsten haben wir auch Kleegrasmischungen oder Getreide und Zwischenfrüchte. Meine Aufgabe bei unserem Betrieb zu Hause ist vorwiegend der Ackerbau. Dazu zählen natürlich die Arbeiten an den Maschinen, aber auch die Planung des Ackerbaus, sprich von der Aussaat bis zur Ernte die ganzen Arbeitsgänge zu planen. Zusätzlich kümmere ich mich auch noch um die Buchhaltung und organisatorische Dinge. Zum Jahreswechsel 1920 stand bei uns eine Neuinvestition an. Wir wollten uns im Bereich Technologie einfach weiterentwickeln und sind dann auf die Marke Valtra gestoßen. Beide Traktoren sind mit Längssystem Valtra Guide auf RTK-Basis ausgestattet und dieses kommt bei uns vor allem bei der Aussaat, aber auch bis zum Hacken und auch bei der Bodenbearbeitung zum Einsatz. Ein großer Vorteil hierbei ist für uns, dadurch dass wir es bereits bei der Aussaat genutzt haben, können wir dieses auch wieder beim Hacken einsetzen. Dies bietet uns eine große Entlastung. Mir war vor allem die einfache Bedienung, das Längssystem sowie die automatische Dokumentation sehr wichtig. Zur Planung unserer Arbeitsvorgänge nutzen wir eine Ackerschlag-Gatei. Mittels Next Machine Management werden über den Agri-Router direkt und einfach die Daten an unseren Traktor übermittelt. Valtra bietet uns auch einen großen Vorteil dank ihrer Smart Farming Features. Durch die Technologieunterstützung sparen wir uns viel Geld und auch Zeit. Dadurch können wir effizienter arbeiten. Dank der Telemetrie-Lösung Valtra Connect können wir auch einen effizienten Maschineneinsatz sicherstellen. Für mich als Hofnachfolgerin ist Valtra ein guter Partner für die Zukunft.